Hallo erstmal, schön, dass ihr da seid, so zahlreich. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Theoretisch sollte es eigentlich schon reichen, dass der Kropp hier bleibt, oder? Okay, ich denke, alle, wie wir hier sind, können wir nur ein klein wenig dazu tun, aber wir legen jetzt mal die Last zu den anderen. Wir hoffen, dass es alles gut geht. Aber gut, Entschuldigung, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Wir haben ein tolles Team gehabt. Wir haben gesagt, wir gewinnen als Team. Das haben wir zweimal gemacht. Wir packen als Team zusammen, da habe ich noch mit angepackt. Und deswegen bin ich erst zu spät gekommen. Aber es ist wirklich toll, jetzt hier zu sein. Es war auch schön, in Frohburg zu fahren. Es waren sehr, sehr viele Leute. Ein paar habe ich jetzt hier wieder gesehen, die auch in Frohburg waren. Klasse Veranstaltung. Und ja, so richtig fehlen mir so ein bisschen die Worte. Ich bin da überrascht. Ich war letzte Woche nicht da. Wir waren in Aragon. Da hieß es schon, es sind mehrere tausend Leute hier. Und es ist natürlich schon überwältigend. Danke, dass alle gekommen sind. Wir müssen halt wirklich hoffen und bangen. Aber ich denke, die Hoffnung kommt zum Schluss, sonst wären wir alle nie hier, oder? So, da kommt Priemus an Sachsen bringen bleiben die nächsten Jahre. Und dafür wollen wir gelten. Applaus